50 Meter in die Richtung Ist das da vorne? 50 Meter in die Richtung So, was war das? F5 Speicher, ne? So 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 Wie kann ich ihn auf der Karte sehen Hier rein vielleicht So WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im out GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist los? Jetzt hast du was gesehen So, warte mal Läuft Lotenhelm Geil, wie seh ich denn jetzt aus? Ja Jawohl Also jetzt muss ich noch wieder bestimmt Das Band ante, ein Holoband Das Holoband Hat das auch Bekleidung Was meinst du mit Holoband? Dach, Pascal, Gründal Holoband Holoband Holoband, ist das der hier? Michael? Persönliches Lock Staff Sergeant Michael Daly United States Army Am Samstag, den 23. Oktober Ist unser Bertie Bird Auf dem Weg nach West Stockbridge Auf das Dach dieses Museums gestürzt Die Ursache Ein elektromagnetischer Puls Als Folge einer atomaren Explosion Mehrere Explosionen, um genau zu sein Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe Kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet Der Pilot Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten Sind 1 zu 5 in der Unterzahl Varum, Meldung Kerl ist runter, 5% Wir müssen die Rüstungen zerstören Wir dürfen nicht zulassen, dass... Varum! Verdammt! Astlin, Selbstzerstörung aktivieren Ferris, zurückfallen lassen Das kennen wir doch schon Wir gehen zur alten Militärbasis Und versuchen dann, es zu unserem Unterstupf zu schaffen Astlins Der Code ist unsere Erkennung Ok, Bewegung, Bewegung, Bewegung Dritter Terra Astlin, Stählerne Bruderschaft Erkundungsteam 429 Alpha Seriennummer 3431 Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe Noch immer keine Nachricht vom Paladin oder Ferris Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite Meine Befehle lauten diese Position, um jeden Preis zu halten Die gesamte Anlage wurde überrannt Lange wird die Tür nicht mehr halten Paladin Brandis, Sir Es war mir eine Ehre Ok, Satellitenstation untersuchen Äh, ja Weiter geht's Wir schauen uns auch nochmal kurz um Oh Irgendwann hat er doch Was von der Waffe an der Tür geschrieben Meintest du hier? Okay Und da geht's Das war es Das war ich Du in der Tür weil ich grace eine determinist Frau Ach, am Tor. Waffe am Tor. Welches Tor denn? Stopp, rechts. Drinnen im Haus, am Tor mit Monitor. Drinnen im Haus? Drinnen im Haus. Hä? Tor mit Monitor. Am Tor? Ist irgendwo ein Terminal. Hier ist ein kaputtenes Terminal. Ah, hier. Den Code kann ich nicht knacken. Habe ich leider keinen Skill zu. Wieder rein. Das erklär ich sicher nicht. Kurz Sturmgewehr. Ist das vielleicht gemeint? Nee, das Ding ist ja schlecht da. Muss ich Experte sein. Komme ich nochmal zurück, ha? Den Code gibt es oben. Die Waffe ist gleich rechts. Was den Code gibt es oben an dem Dings? Okay. Aber die Waffe ist doch minus im Vergleich zu dem, was ich hier habe. Terminal, Terminal kaputt. So mein Ritter irgendwo. Also es geht da oben da. Passwort Ist das nicht? Müsst ihr mir doch anhören können, oder? Aber kann ich mir nicht anhören Das ist es, aber wie soll ich mir das anhören? Schlachtfeld kann ich mir anhören Das kann ich mir anhören Andere geht nicht Sorry, ich darf ich mich nicht anhören Meine Befehle lauten diese Position Um jeden Preis zu halten Die gesamte Anlage wurde überrannt Lange wird die Tür nicht mehr halten Paladin Brandis, Sir Es war mir eine Ehre Die Tür nicht mehr Ich weiß nicht nicht mehr Ich bin mehr Eine Sanigung Ich bin mehr Ich bin mehr Untertitelung Ich bin mehr Ich bin mehr Ich bin mehr Was ist das? Was habe ich jetzt davon, warum ich das aufgemacht habe? Oder finde ich noch draußen was, was... Pfff... Pfff! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind es langsam knapp mit der Evolution Was haben Sie gehört? Okay. Okay. Oh, fuck. Oh, der ist aber stark. Wow, was? 58. Läuft. Bei dir alles gut? Du hast da was. Hat er dir weh getan. Okay, Tür entriegelt. Und speichern das hinübst ganz genau. So, jetzt gucken wir uns doch mal die Waffe an. Jetzt war die hier, geil. Die Impro-Pistole. Nee. Die hier war das. Hä, ist das die? Wie pläht? Uh. Jetzt passt's. Und ne Buddelförtelung. Und ne Bourbon. Und ne Bourbon. So, dann schauen wir was das Ding kann. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um, 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 um. Ich habe mir gerade überlegt, mal flitzen zu gehen. Oh, fuck! Oh, oh, fuck! 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 Lass mich raus! Ah, zum Glück habe ich gespeichert. Ah, schade. Ah. 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 RIP! Genau so sieht es aus. RIP! 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 So, wo war der Verstrahlte? RIP! 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 Oh, was ist denn verstrahlt? Der muss doch hier unten sein, oder? Weil da leuchtet er ja. Oh, fuck! Ah, da komm ich wieder nicht dran Fuck Oh fuck, der steht schon neben mir Oh, ich seh nix Ich seh nix Ich muss hier durch Vielleicht auch nicht Ah, Kacke Lass mich auf mal Crit drücken Oh, ich seh nix